Das sah irgendwie cool aus. Ich könnte eigentlich mal eine Frau mit Armen haben, also mit... Mit Ärmeln? Mit Ärmeln, ja. Mach ich mir auch eine. Sobald es die gibt, dann rennst du mit zwei Fashion Chicks rum. Chicks. Wie ich mich freue, wie ein junger Hengst. Mindestens. Ja, wo wir jetzt gerade Zeit haben, wir können mal so die erste Story erklären. Also Tobi und ich haben ein bisschen länger zusammengespielt, als die Manny sich das gekauft hatte. Wir haben schon ein bisschen mehr zusammengespielt. Und da haben wir noch gesagt, wie unwahrscheinlich das denn ist, dass ein Mann und eine Frau, die jetzt irgendwie nicht zusammen sind oder so, hier zusammen durch die Gegend streifen. Und der unwahrscheinliche Fall, dass noch eine Frau dazukommt, der ist ja total selten. Und das ist dann tatsächlich auch noch so passiert jetzt. Also, ja, schon lustig. Amen. Amen. Also, ich bin bei diesem Supermarkt, wo wir vorhin alle so gestorben sind. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht so sterben. Da fällt mir aber ein, weil hier zwei Männer, ein Mann und zwei Frauen, mir wurde gesagt, dass es eigentlich, dass der Mann weg muss. Dass es besser ankommt, wenn der Mann weg ist. Ich bin ja auch nur die Person, die hier aufnimmt. Ja, ich habe da auch gleich gesagt, nein, der Tobi, der ist der Chef hier. Der Mann der Männer, das eifert hier. Der muss uns ja im Schach halten. Er lacht, er wird bestimmt ganz rot, aber denkt sich innerlich, ja genau. Genau. Ja, ich bin der Hengst. Die ist ja im Stuten. Im Stutenstein. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Das geht hier gerade in eine Richtung, die nicht mehr jetzt kontrollierbar ist. Das ahtet so schnell aus. Der Hengst im Stutenstein. Ganz ehrlich, ne? Nee, nee, nee. Findest du nicht so, nee? Ja, doch, doch. Siehst du? Ich spreche nur das aus, was du immer denkst. Ich hätte zwar eher der Harn im Korb gesagt, aber eigentlich im Stutenstein... Ist ein bisschen expliziter. Vielleicht sagt man das so, wo du herkommst. Also bezeichnet ihr euch auch als Stuten oder was? Nein, aber ernsthaft, auf dem Arbeitsplatz wird das auch mal gesagt. Wenn irgendwie ein Teamleiter oder so, wenn der eine Schule machen muss vor ein paar Leuten, dann sagt er auch immer, denk da, du bist der Hengst. Aber nicht der Hengst im Stutenstein. Und das sind die Stuten. Alles klar. Wo seid denn ihr hier? Dacht mal. Auf dem Berg. Wir sind bei Whitestone Mountain. Whitestone Mountain. Ach, das läuft in die falsche Richtung. Oh, ich dachte, jetzt hier steht einfach jemand. Lalalala. Ja, hier steht auch jemand. Ich bin das. Oh. Und pass auf, Zombies haben jetzt Rucksäcke, ne? Das habe ich vorhin gesehen. Zombies haben keine Rucksäcke. Das war irgendwie... Weiß ich auch nicht. Entweder hast du es falsch geguckt, oder? Und dann hat er sich der Tötet von dem Zombie mit Rucksack. Ich sehe das schon. Sie hatte was mit den Augen. Nein, der hatte eindeutig einen weißen Kleck auf dem Rücken. Das ist das Alter. Es macht soweit. Was? Ja. Das dauert noch. Das dauert noch. Das dauert noch. Na ja, nicht so alt. Ohr oder alt. Ich fände gerade auf, dass wir gar nichts haben, um uns zu wehren. Ja, und dann haben wir auch nichts zu verlieren. Was ist das denn? Ach so. Doch. Zeit. Ja, das stimmt. Also ihr seid ja fast von Boulder City, ja? Äh, ja. Oh, ich sehe Boulder City von hier. Boulder City ist groß, ne? Anytime steht hier. Es ist eine große Schuss. Bobi, pass auf, ja? Es ist gefährlich. Hier ist echt gefährlich. Boah, die Zombies, ne? Gut, dass wir so dunkel gekleidert sind, die sehen uns schlechter. Ey, da ist ein Zombie. Boah, da kommen zwei Zombies auf mich zu. Da kommen drei Zombies. Ich glaube, Tim, irgendwas gerochen. Oh, wie stimmt. Boah, ja, da kommt noch ein dritter. Weg. Andersrum. Sie hören auch nicht auf zu laufen, ne? Was wollen die denn? Wollt ihr denn in die große Stadt rein? Sollt ihr irgendwie links wieder? Nein, 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 wir sind nicht in der großen Stadt. Oh, der ist ja stehen geblieben, endlich. Ach, du bist am Kriechen. Deswegen habe ich dich die ganze Zeit nicht gesehen. Ach, ich bin am Kriechen. Deswegen bin ich so langsam. So ist das, ja. Ich dachte schon. Aber wenn ich so langsam. Ach, Leute. Er kam so schnell näher. Einmal mit Profis, ey. So, wie mit der Flächleiter schreibt der. Bist du freundlich, du mit der Flächleiter? Und ich so, ja. Aber welche Flächleiter? Ja, das ist ja auch... Da blickt gerade sogar ich nicht mehr durch, worüber ihr redet. Was? Was hast du denn für ein Kripp hier? War voll kurz, ist noch nicht lange her. Flächleiter, ich habe eine Flächleiter gefunden. Damit kann ich zwar nicht schon mal totrahmen. Mach mal, hier sind so viele. Ja, erst mal rumschleichen. In den Supermarkt im besten. Aber es ist gefährlich, das rumschleichen. Warum? Denkst du, das schaffen wir uns? Wir haben keine Waffen. Doch, ich habe eine Taschenlampe. Du haust doch damit nicht zu, wie ich dich kenne. Du sagst, sie macht Licht. Ich hau damit zu. Wenn es hart auf hart kommt, dann hau ich auch mit der Taschenlampe zu. Du leckst ein bisschen durch. Ist in Ordnung. Bei mir tut du das nicht. Leck ich bei dir auch, Ella? Ja, dass das aber meine Internetleitung ist, hat die irgendwie auch nicht. Ja, das ist nicht so schlimm. Solange es nicht meine Internetleitung ist, weil sonst müsste ich wieder einen Cut setzen und irgendwann wird es nervig beim Rendern. Nein, das macht dir Spaß. Sag das jetzt hier den Zuschauern nicht, dass du etwas machst, was nervig ist, und die sich dann später angucken. Es macht Spaß zu spielen. Das Rendern selber macht auch wohl noch Spaß, was nervig ist. Es macht dir Spaß. Ja, ja, das ist, also ich finde es nicht schlimm, sagen wir mal so. Das einzige, was nervig ist, ist mehrere Sachen zusammenschneiden. Warte ich schon mal bei der Hill Ranch? Äh, kann gut sein. Oh, ich glaube, ich habe eine Pistole gefunden. Oh, meine. Du hast eine gefunden. Ja, auch eine finden. Und eine Gasmaske. Aber es ist gut zu haben, ich meine, oh, dann ist es so gut aus. Oh, ich bin echt gespannt, wie das mit den Gasmasken geht und alles, ne? So, 13 Schuss. Alle auf Handy. Boom, boom. Willst du die Taschenlampe haben? Ich habe einen Clip gefunden. Was? Einen AKM-Clip. Achso. Ich gehe mal in den Supermarkt. Ja, gib mir die Taschenlampe für einen Notfall. Wenn ich irgendwas habe, um mich zu verteidigen. Richtig. Einfach auf den Kopf zielen und drauf hauen. Hm? Hast du schon verstanden, ne? Hast du schon verstanden? Ich habe mir das erklärt. So, also ich gehe mal bis dahin, ich gehe auf die andere Seite links. Da liegt, glaube ich, ein Medium-Backpack. Gut. Ich glaube, ich weiß, warum wir gestorben sind. Das liegt nur daran, weil Ella es vorausgesagt hat. Ich wollte, darauf wollte ich übrigens auch nochmal sprechen, aber es hat sich nicht zu ergeben. Darauf wolltest du auch nochmal sprechen. Alter, Tobi, was geht? Plötzlich steht ein Zombie hinter mir und greift mich an. Ja. Change Backpack, bin ich blöd? Change, so. Drop-Item. Oh, der hat mich auf einmal getroffen, sogar, der olle Sack. Der olle Sack? War wohl schon ein bisschen älter. Oh, der leckt bei mir so extrem. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht zieht jemand. Du hast ja noch zwei andere Leute an der Leitung. Ja, aber das kann eigentlich nicht sein. Ich habe noch nie Probleme. Habt ihr das auch, dass euch dann irgendwann die linke Hand einschlägt? Äh, mir schläf die rechte Hand manchmal ein. Ich habe daran, dass ich so ein Mausfett mit Gelkissen habe und da dann manchmal die Blutzufuhr teilweise abgeschlägt. Bag of Chips und ein Large Backpack. Ich habe ein Haar für dich gefunden. Wow, das ist super. Ich habe aber auch nichts mehr dauernd geloadet, was ist alles? Du hast ein Large Backpack gefunden, hast du gesagt? Ja. Das geht gut los. Ich habe Bandagen. Brauchst du welche? Nö, ich bin gut ausgelustet. Ich setze mal die Gasmaske auf. Also nicht wundern. Oh, die Gasmaske sieht super aus bei diesem Model. Weil die Haare überhaupt nicht hinten rauskucken. Wo bist denn du gerade? Ich bin jetzt gerade immer in diesem Gebäude. Welches Gebäude? Post oder da? Ja, vor dir. Guck, dann gehe ich schon mal die... Warst du da hinten in den anderen beiden Häusern drin? Nee, ich habe keine Waffe. Ich bin da, wo auch keine Zombies sind. Okay, dann gebe ich dir den Hammer schnell. Also du hast einen weiteren Kopf als davor mit der Gasmaske. Okay, ziehe ich das Ding aus. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich damit irgendwie cool oder so. Boah, ich habe einen Hammer, wie glücklich ich jetzt bin. Das trägt mich gerade hier so schnell auf, dass ihr so lagst. Ja, solange du nicht bei uns lagst, ist alles für mich in Ordnung. Ja. Wie gesagt, ich will immer das Spiel neu starten. Okay. Was machst du hier? Du hast mich gerade mega erschreckt. Ich dachte, du gehst hin zu den Häusern. Achso, zu welchen Häusern? Äh, die da hinten. Hier, die Richtung. Ja, dann gehe ich jetzt da hinten. Ja, jetzt komme ich mit. Du hast deine Chance. Jetzt fühle ich mich sicherer. Aber auch sicherer zu zweit. Boah, wie du mich... Weißt du, in den schlechten Filmen... In den schlechten Filmen trennen die sich immer. Ja. Dann sterben alle. Ja, das ist der Grund, warum man stirbt. Trennen. Deswegen wollte ich gerne mit dir zusammenlaufen. Oh, das finde ich nett. Ich finde das nett, du hast noch das Tole. Ach, die Häuser meinst du? Ich dachte, die auf der anderen Seite. Ne, ne, die Häuser hier. Oh, hier steht sogar ein Zitzel drin. Guck dann auch mal hinter das Haus. Das sind ja auch immer Sachen. Bei dem anderen ist die Tür zu. Guck mal, ich bin hier am Fenster. Echt gesehen. Cool, ne? Ja, total. Oh, jetzt bist du verschwunden. Ich bin wieder rausgegangen. Die Vögel zwitschern. Ach, sonst keine Zombie-Vögel. Glaube ich. Ach, ich habe hier auch kein Fernglas. Ach, guck mal einer an. Nicht mal ein Fernglas hat er. Ich würde bei dem Polizeiauto eigentlich doch mal gucken. Und welcher ist der mal weit? 118. 103, richtig. Kann man den kaputt machen, der Mann? Ich gucke mal ein bisschen einfach so drumherum, ob ich da was sehe beim Polizeiauto. Liegt sie wieder auf dem Boden? Ja, Manny liegt übelst oft. 124 und so. Bin nicht schädigt. Oh, ich will auch mal wieder spielen. Das ist PC, oder? Wo bist du, wo bist du, wo bist du, hau'n tot. Mein Manny. Ah, 66 Dollars. Dollars. Dollarsse. Wo bist denn du jetzt? Wieder beim Polizeiauto. Und Schamseid. Irgendwann auch wichtig. Der Typ hat's vorhin angemacht. Ja, das war überhaupt nicht offensichtlich, wo der dann ist. Habt ihr das mit dem Update geredet, mit dem Cheaping und so? Ja, aber ich cheate nicht. Deswegen war's mir egal. Finde ich sehr, sehr gut. Was machen die denn? Da liegt Geld. Ach, noch mehr. Ja, wir sind hier eigentlich durch die Stadt. Hast du hier auch schon geguckt? Deswegen hab ich den jetzt kaputt gemacht. Ja, da waren wir ganz am Anfang. Ach so, stimmt. Danke, Orientierung her. So, ich bin jetzt auch wieder im Spiel. Guck mal, Mountain High as fuck makes Gorilla Noises and shit. Gorilla Noises, damit hab ich das auch nie verglichen. Also, ich bin jetzt oben bei der Hill Ranch, wo da der Weg abgeht. Aber ich bin schon ein Stückchen weiter. Okay. Du bist auf der Straße und machst deine Map an, Tori. Kommt ihr, also, wollen wir nicht lieber weiter in den Hüten? Wir sind hier gerade bei diesen Dörfchen südlich von Boulder City. Ja, ja, genau. Aber ich hab auch keine Lust hier die ganze Zeit jetzt zu warten. Boah, es sind 37 Leute auf dem Server. Ich wollte es nochmal kurz gesagt haben. Was zur Hölle? 38 sogar. Na. Na. Mal gucken, ob ich Trinken auch gesondert hab. Nein, hab ich nicht. Wird ja auch wahnsinnig gerne mal zum Flugplatz da unten, aber... Ich hab auch kein Trinken aufgesandelt. Jetzt wird's... Ey, jetzt wird mal Trinken knapp, ist mir noch nie passiert. Vielleicht ist was in der Mülltonne. Hacker. Ja, da ist was drin. Da ist echt was drin? Ja. Was war denn? Äh, Gauge-Maschinen, äh, Gauge-Munition zweimal. Gauge, Gott. Für die Schrotflinde. Das ist Gauge-Munition. Ja, da wird's von Hacker. Fucking Hacker. Wird keine stehen. Äh, Machen die denn mit den Hackern? Weiß ich nicht. Vielleicht ist auch nur einer, der, der meint, dass ich ein Hacker, weil er gestorben ist und jetzt rumweint. Ja, wo wollen wir jetzt hingehen? Boulder City? Ohne Waffe? Hört ihr das für eine gute Idee? Ja. Also ich hab nur ne Pistole und... Ich hab nen Hammer. Ich bin guter Waffe. Boulder City? Soll ich denn... Ja, da waren wir noch nie. Komm, die gucken wir uns an. Es sind... 50 Leute auf dem Server. Ich kann euch raten, lest nicht den Chat jetzt. Du hast es getan, oder? Wenn du sowas nicht sagen würdest, hätte ich nicht geguckt. Ich hab dich vorgewarnt. Ja, natürlich will ich wissen, was da ist. Ich dachte nicht, dass das ein Spoiler ist. Du musst sagen, Achtung, es ist ein Script 3 Spoiler. Wer das jetzt liest... Sorry. Sorry. Sorry.